willkommen zurück zu der dritten folge von let's play minecraft feed the beast und heute werden wir erstmal die mining turtle aufstellen und danach würde ich mal sagen das haus bauen und ich werde das haus aus cobblestones bauen oh ich habe es vergessen alles wieder hochlaufen ich habe eine kiste vergessen sonst wirft dies auf den boden und wir verlieren alle rohstoffe so haben ja aber gleich eine doppelkiste passt nichts gehen wir schnell herunter so wollen wir sie hinsetzen dann setzen wir die hier hin so tun wir kohle rein so und jetzt machen wir 24 so und jetzt baut ihr ab bis zum bedrock und dann tut die ihre ganzen sachen die sie hier ab gemeint hat tut ihr hier in die kiste rein ja und jetzt lassen wir die hier ruhig arbeiten und jetzt geht es ans haus bauen ich muss ja irgendwann mal treppen rein machen also die ganze zeit springen das nervt ja aber um unser haus hier drauf zu bauen brauchen wir erstmal eine schaufel und eine axt dann kriegen wir so schaufel haben wir nicht axt auch nicht machen wir sie mal schnell oh man ganz kurze pause so stört doch niemand mehr und zwei schaufeln erstmal werden wir hier die ganzen bäume weg machen und ja der geschenk an diese folge trägt noch eine ran weil ich längere zeit nichts gemacht habe also muss ich jetzt mal ein bisschen weiter videos machen so machen wir gerade mal das hier weg gehen hier drauf und packen weiter den baum ab das ist natürlich etwas langweilig vor allem ich komme gar nicht bis nach ganz oben nehmen wir uns erstmal quäbbel um den baum abzuhacken da wir gerade hier oben sind springen wir hier rüber und hacken gerade nochmal den anderen baum oben ab so dann hatten wir das schön den quäbbel weg machen so der nächste baum wieder eins zu klein ups wollte ich gerade mit einer schaufel abbauen warum sind hier die bäume so groß das landet auch noch da oben egal nehmen wir uns mal den den baum hier also ich habe mir noch nichts genau so überlegt wie ich das haus bauen will ich baue einfach drauf los ich bin nicht so gut im baum in äh häusern bauen nehmt mir das nicht übel aber ich denke da sollte was raus werden den baum den baum das habe ich auch gar nicht die zeit gestoppt na super hm wie lange mache ich denn jetzt noch ich mache einfach noch ein bisschen wir werden ja dann sehen mit diesen baum und es kommt auch der hier so der weg die hier den habe ich auch jetzt kommt auch der andere und dann haben wir die insel baumfrei wenn queenpeace das jetzt sieht gibt es Ärger es wird es auch schon wieder Nacht ich sollte mir mal ein Bett machen aber eigentlich bauen wir ja immer hier auf der insel also ist eigentlich egal ob ich mir ein Bett mache oder nicht ach jetzt fangen wir mal an die Sternkür wir werden auf dieser Höhe bauen so jetzt wird das hier abgebaut ich habe mir immer noch kein Thema überlegt über was ich reden kann was sollte ich mal für die nächste Folge machen oder ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben über was ich reden soll damit das hier nicht so langweilig ist und ich hier nicht irgendwelche scheiße anfangen zu labern vielleicht lade ich mir mal irgendwann ein Gast ein mit dem ich dann labern kann dann ist es nicht für euch langweilig für mich auch nicht und hier immer noch abbauen also was soll man hier groß sagen vielleicht baue ich auch gar nicht so viel ab sondern baue erstmal ein kleines Haus wir bauen jetzt schon mal so ein Riesenwilder oder so erste Schaufel kaputt machen wir noch zwei rein und dann bauen wir da unser Haus mal hin das wird jetzt ein spektakuläres so tun wir jetzt erstmal hier rein holen uns die Spitzhacke und den Cobblestone oder machen wir Pricks ups geht ja nicht ups dann nehmen wir Cobblestone ein gut altes Cobblestone so machen wir den Boden aus Cobblestone und da ist die Spitzhacke kaputt nicht dein Ernst haben wir noch eine? ja hier aber das Eisen egal so 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 ich denke wir gehen was mache ich hier noch zwei Felder noch drei Brücke nach vorne so die Cobblestone hin so ich habe mir mal gerade ganz schnell überlegt wir machen die Ecken so somit hier Erde ähm nicht mit Erde mit Holz meint ich so und vielleicht gucken wie das aussieht ah da kommen wir nicht so dran so kommen wir so ja so und auch nicht dran so machen wir es hier zu ups verbaut glaube sogar kurz wieder die Schaufel nehmen die Erde hier weg machen ich nehme mal die Säplings holen sonst haben wir hier keine äh Gummibäume mehr so jetzt geht es weiter ans Haus bauen nehmen wir die Erde weg ich mache ich mal ganz kurz einen Cut um zu gucken wie lange ich schon aufnehme bis gleich so wieder da und wir haben schon 11 Minuten und 36 Sekunden aufgenommen also geht es nur noch 4 Minuten nach 4 Minuten Arbeit bauen das Haus hier fährt ich keine Angst keine Angst sollen wir hier den Eingang machen oder auf der anderen Seite machen wir den auf der anderen Seite so das wird ein ganz schön kleines Haus fällt mir gerade auf egal egal für den Anfang so kommt hier die Tür rein jetzt müssen wir noch den 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 Dach vor allem das Dach drauf machen so das Dach ist drauf wenn wir beinahe da reingefahren so nehmen wir uns mal ein paar Fackeln ich hätte gleich auch mal eine Tür machen können eine Fackel hier hin eine Fackel da hin eine Fackel da hin eine Fackel da hin passt genau und wie sieht es von außen aus ja kann man lassen so wollen wir noch schnell alles rüber und dann beende ich auch den Part so nehmen wir alles ja wir haben die Achse mitgenommen so natürlich die Kiste nehmen wir nicht auf so jetzt haben wir die Kiste schnell rüber so schnell 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 so hier die Kiste hin so wieder Sachen reinrollen das wird die andere Kiste mit den anderen Sachen so jetzt schnell wieder rüber ich wollte mal die Abkürzung benutzen so nehmen wir das die Kiste so Kiste da hinstellen so jetzt haben wir wieder hier eine Doppelkiste kommt alles rein so so nehmen wir noch das mit um den Ofen und die Werkbank mitzunehmen so Ofen Werkbank so hier hin und da hin nehmen wir das mal schnell Holz da machen wir schnell eine Tür so unser erstes Haus und bis zum nächsten Part Tschüss sie sie ist sie